Es ist wieder Sie wünschen Sie, wir spielen es, ab jetzt startet Sie wieder die Tour der Hitlines. Wenn Sie einen Musikwunsch aus dem Multibereich abnehmen, drücken Sie uns bitte jetzt an für die erste Runde. Und zwar unter der 089-723-2000, bitte nur diese eine Nummer wählen. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Die Tour der Hitline bis 10 Uhr bei Musikwunsch, starte man dann, Telefonnummer 089-723-2000. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die 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 ZDF, 2020 Für den Thomas, also jetzt ein Taste of Honey, ein mir schon sagt, ein echter Disco, haben wir aus den 70ern, für die nächsten Klassiker kann man hier schon wieder anrufen, laufend einlasse ich, da tut der Headline über die Studiotelefonnummer 089 723 2000 bis 10 Uhr heißt es hier noch, Sie wünschen's, wir spielen's 089 723 2000. Die ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020